So, hallo liebe Leute, ich bin wieder euer Rolf, ich war gerade so beschäftigt, ich habe gerade meine Wahl abgeschlossen, aber Spaß beiseite, jetzt kümmern wir uns mal ernsthaft um den Solarplexus, wie ich euch versprochen habe, er sitzt hier zwischen den Dritten. Ich zeige euch die ganze Geschichte mal und ich lasse die Schöpfel mal zufrieden. So, es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie wir den Solarplexus schlagen, der sitzt hier, wo die Rippen zusammenlaufen, am geilsten ist, wenn wir ihn so versuchen, leicht hochzuziehen. Also bei sehr großen Leuten ist das also super, dass wir zum Beispiel beigehen, wir schlägen in einer normalen Grundstellung und wenn der große schlägt, ducken wir ab und gehen nach unten Richtung Solarplexus. Jetzt das Ganze mal langsam und zwar, Schlag geht nach hier hin, Schulter hochziehen, damit wir geschöpft sind und die rechte Karte. Das gleiche Spiel können wir natürlich auch machen, dann müssen wir uns nur dann dementsprechend auch reindrehen mit der rechten Hand. Also, unser Gegner kommt und wir machen. Wie gesagt, wir versuchen jetzt das gleiche Spiel nochmal, wenn wir uns mit geschlossener Deckung reingeschoben haben, wir haben uns klein gemacht, versuchen wir die Deckung aufzuziehen. Und dann, wie gesagt, das sind also nie Möglichkeiten, ich zeige euch das nochmal. Entweder, wir stehen lang, warten, dass die Führhand kommt, ducken dann ab und gehen Richtung Solarplexus. Das können wir links machen, können wir aber auch rechts machen. Die andere Hand bleibt immer da und wir gehen einen kleinen Schritt nach vorne. Diese Möglichkeit wäre noch, wir haben uns reingeschoben, sind schön geschlossen, arbeiten dann irgendwo zur Seite, um dann zum Solarplexus zu gehen. So, liebe Leute, das war also der Solarplexus, in dem wir uns mal gekümmert haben. Und nächstes Mal kümmern wir uns das, was ich hier im Brust habe. Ich zeige euch das mal, ich habe mir da wieder was einfallen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf vom Kanal Fitbox. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf vom Kanal Fitbox.